Im Video werde ich euch ein bisschen in der J-Center Mall in Mandaway rumführen. Da gibt es nämlich die Immigration, deswegen geht man hier eigentlich alle zwei Monate hin. Die Mall befindet sich in Mandaway. Zur Übersicht habe ich Ayala und SM City und Banilat in der Karte auch markiert. Ja, also jeder der auf Touristenvisum eben in Cebu ist, kennt die Mall, denn alle zwei Monate muss man dann hier das Visum verlängern lassen. Und es gibt aber eben auch noch viele andere offizielle Einrichtungen hier und deswegen lohnt es sich dann eben alles in einem Aufwasch zu machen. Geld bekommt man dann übrigens hier an den ATMs. Ich zeige euch dann aber auch den Money Exchange, der direkt eben an den Treppen ist. Kurz musste ich für kleine Jungs und da fand ich ganz lustig eben die philippinische Ingenieursleistung hier. Das ist halt auch so eine Sache. Maintenance Guy ist wahrscheinlich schon auf dem Weg und wird das in Kürze reparieren. Aber so lange behilft man sich eben mit einem funktionierenden Provisorium. Gut, Geld haben wir geholt. Für kleine Jungs war ich auch. Dann gehe ich jetzt erstmal mit N Mittag essen. Hier gibt es nämlich auch eine Reihe sehr guter Restaurants. Hier links ist die Hauptstraße und der Haupteingang. Und das philippinische Restaurant, was ich euch empfehlen kann, liegt genau da auf der anderen Ecke. Das Zeeboom, da gehen wir jetzt hin. Der Food Court befindet sich in der zweiten oberen Etage, links hinter mir. Kann ich euch jetzt auch mal gerade zeigen. Da gehen wir nachher noch hin, also keine Sorge. Da ist in der Ecke der Food Court. Und dieses Native Restaurant ist wirklich sehr lecker und sehr preiswert. Ich kann nur jedem Touristen raten, geht einfach in die Restaurants, bestellt euch was zu essen. Wenn es lecker ist, wisst ihr, ihr könnt da öfter essen gehen. Wenn es nicht lecker ist, geht man halt nicht wieder hin. Ja, die Mall ist eine ganz große Mall. Man kann hier also wirklich viel erledigen. So, jetzt kommen wir hier an den zweiten Quergang. Da sind die Rolltreppen nach oben und am Fuße der Rolltreppen der Money Exchange. Und die Rolltreppen führen dann direkt nach oben zur Immigration. Wir gehen jetzt hier wieder raus. Da gibt es auch so einen kleinen Park, wo man ein bisschen sich sitzen und erholen kann. Und hier rechts ist eben dieses Zeeboom Native Restaurant. Das ist jetzt nicht so voll, weil eben Corona ist. Aber das Essen ist extrem lecker und gar nicht mal teuer. Ich werde euch jetzt gleich einfach mal die Essenskarte zeigen. Sind nicht sehr viele Gerichte, aber das macht nichts. Man kriegt alles, was man haben will. Und hier kann man wirklich essen, was auf der Karte ist. Denn es schmeckt einfach sehr gut. Und auch die Preise sind nicht teuer. Ich esse hier sehr gerne eben. Und während N das macht, was alle Philippinas gerne machen, nämlich Selfies, spiele ich ein bisschen mit der Dualgram App rum. Die habe ich mir jetzt installiert. Man kann das auch ein bisschen hier eben anders einstellen. Und das ist ja auch nicht schlecht. Muss ich halt sehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und während wir aufs Essen gewartet haben, habe ich mir dann auch mal angeguckt, was Papa Fredo an Medikamenten noch bekommt. Also er bekommt auf jeden Fall Medikamente gegen Bluthochdruck. Das Nummer 3 Medikament mit 70 Peso ist halt das für die Gehirntätigkeiten. Das ist am teuersten. Da muss er auch zwei von nehmen. Und dann kriegt er noch Antibiotika, weil er ein bisschen Husten hat. Das ist aber in seinem Fall normal. Ich habe mir bestellt Chopsui. Das ist ausreichend für zwei Personen. Anne hatte Barbecue. Aber ich habe mir ja noch meine Lieblingsspeise hier bestellt. Relignon Talon with Crab. Im Grunde eine gefüllte Aubergine mit Krabbenfleisch. Denn die Eggplant ist übersetzt Aubergine. Und das schmeckt für 130 Peso richtig lecker. Und ihr seht eben hier 660 Peso für zwei Personen. Ja, und jetzt gehen wir eben zurück in die Mall. Ich habe gesehen auf der Rechnung, Relignon Talon with Crab ist 150 Peso. Früher waren es 130. Aber im Grunde für 3 Euro kriegt man eine richtig leckere Mahlzeit. Wir gehen jetzt aber links eben. Da seht ihr den Money Exchanger, das blaue Kästchen. und die Rolltreppen nach oben gehen zur Immigration. Die waren ausgeschaltet. Wahrscheinlich Strom sparen oder Maintenance, was auch immer. Treppensteigen ist gesund. Rechts seht ihr einen kleinen Shop, wo ein paar Leute anstehen. Da könnt ihr Fotos machen, falls ihr die für eure Dokumente braucht. Und falls ihr Dokumentenmappen braucht, ist gegenüber so ein Office Supply Laden. Also alles zentral. Hier, wie gesagt, ist direkt die Immigration. Und hier auf der anderen Seite gibt es die ACR Cards. Wir gehen jetzt aber da geradeaus, weil ich euch das Travelers Inn zeigen möchte. Wichtig hier bei der Immigration auch, die Jungs von ACR Cards und Immigration arbeiten nicht immer zusammen. Das heißt, man muss selber rüber gehen, um sich die ACR Cards zu holen und umgekehrt. Hier ist dann auch zum Essen gehen das erste Restaurant. Das ist die World Traveler Resto Bar. Der Inhaber ist ein Italiener. Ich war kurz nach der Eröffnung zufällig so ganz früh der erste Kunde fürs Mittagessen und wurde direkt in die sizilianische Familie aufgenommen. Die Speisekarte ist umfangreich und das Essen ist auch sehr lecker. Ich habe die Seiten alle jetzt mal für euch durchgescannt hier, damit ihr eben sehen könnt, was gibt es und was kostet das. Das sind zwei Mounthamber Gebäude. Das ist für dich, das ist ein Italiener. Was ist eine Schlange? Also, das ist ein Italiener. Und ich habe die Tabelle überklemmert, wenn wir das Tonight haben. Und ich habe die Doppelgembolgera. Ich habe die Doppelge-Doppelge-Roe, ich habe die Doppelge-Roe, ich habe die Doppelge-Roe, ich habe die Doppelge-Roe, ich habe die Doppelge-Roe. aber was ist ein italienisches restaurant beziehungsweise ein restaurant wenn der inhaber italiener ist ohne pizzen und deswegen kann ich euch auch hier eben die world travelers restobar wegen der pizzen empfehlen und das wirklich gute hier ist auch er hat sich dann tatsächlich extra einen pizza ofen installieren lassen der hier draußen zu bewundern ist also man kriegt wirklich gute pizzen und nicht eben diese tiefkühlteig im ofen aufgebackenen pizzen die man sonst so in den fast food franchise ketten bekommt also hier kriegt man wirklich leckere pizzen und dann gehen wir zum einzigen deutschen restaurant rüber also hier wie gesagt rechts gehen wir jetzt von der world travelers restobar die gut 50 meter rüber da ist jetzt das bierfass das ist das einzige deutsche restaurant in cebu city der inhaber hat das vom vorherigen inhaber übernommen gehabt und ist jetzt eben von banilat wo das restaurant früher saß hier in die j center mall umgezogen für mich ist es doof weil einfach die j center mall weiter entfernt ist als banilat aber schauen wir mal ich werde da in zukunft auch ab und zu mal deutsche speisen essen gehen es war so gegen mittags 12 uhr 12 uhr 30 deswegen ist da noch nicht so viel los und hier eben auch die frühstücks karte die preise kann man nicht so ganz gut erkennen aber teuer ist es nicht wirklich dafür aber lecker und hier jetzt die hauptgerichtskarte ich esse sehr gern die kartoffelsuppe mit speck dann gibt es aber eben auch normale deutsche sachen wie rostbratwürste oder normale bratwürste und das gute ist für deutsche die gesicht gerichte gibt es eben auch in deutsch und wenn man längere zeit eben auch in den philippinen lebt dann freut man sich auch mal wirklich wieder ein bisschen was deutsches essen zu können in der mall gibt es halt wie in allen malls so eine kleine cybersone mit elektrogeschäften es gibt hier auch kinos die befinden sich aber auf der anderen seite der mall wo wir jetzt hingehen und ich will euch ja eben auch die anderen dinge zeigen die es hier noch gibt ganz oben gibt es eben den großen food court da gibt es auch sehr leckere philippinische gerichte der ist auch recht schön gestaltet und wenn man da hoch fährt dann fällt einem erst mal eines der ja selfie und foto objekte hier in sebu city auf nämlich die kopie des eiffelturms die habt ihr wahrscheinlich bei einigen mädels in den in ihren profilen schon gesehen und da geht man dann eben rein in den food court da hat leider die kamera den weitwinkel modus ausgeschaltet ohne dass ich es gemerkt hatte ja und hier ist eben der food court normalerweise ist der doppelt so voll aber das schöne ist die decke ist richtig schön bemalt da haben die sich toll was überlegt das sieht so richtig südländisch aus hier ist auch klimatisiert das ist der vorteil und wichtig für alle die eben führerschein haben hier ist die lto das heißt hier kann man eben den führerschein umschreiben lassen oder lto spezifische dinge auch klären und man hat dann eine nummer und die wird auch eben angezeigt und so kann man dann im food court eben ja essen während man eben schaut dass die eigene nummer aufgerufen wird wie gesagt ist klimatisiert und richtig angenehm sich hier aufzuhalten ja aber neben immigration und lto und den ganzen geschäften und dem deutschen und dem italienischen restaurant gibt es hier noch viel mehr zu sehen wir gehen am food court entlang n grüßt euch auch alle unten steht noch die weihnachtsdeko die gucken wir gleich auch noch an wir gehen jetzt aber eben wieder zurück auf die andere seite der mall und besuch oder ich zeige euch eben das büro vom social security service dem philippinischen sozialamt sozusagen sss das heißt wenn ihr da eben geld einzahlen wollt oder irgendwie dinge regeln wollt das könnt ihr eben auch hier in der mall und was aber viel wichtiger ist da schwenke ich mal gerade rüber sind die kinos da kann man also auch kino gehen wie in jeder guten mall was aber wichtiger ist als jetzt das philippinische social security service system hinter dem sss da hinten durch die tür gibt es eine außenstelle von der nbi wo man die nbi clearance machen kann die braucht man halt ab und zu wenn man eben ein polizeiliches führungszeugnis machen will zum beispiel man möchte in einer schießanlage mitglied werden dann braucht man eine nbi clearance und das kann man dann hier ganz praktisch eben auch direkt mit erledigen wenn man eben schon mal so hier in der mall ist ja und jetzt gehen wir noch wieder weiter spazieren zurück da seht ihr eben den food court nochmal den eingang mit dem eiffelturm und dazwischen befindet sich j center convention hall also eine richtig große versammlungshalle da finden in den pandemie freien jahren eben auch events statt hier gibt es dann auch viele viele kleine läden in denen man was kaufen kann jetzt ist euch grad schwindelig geworden ha 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 und wir fahren jetzt mal gerade wieder runter aber nicht ohne euch eben hier die läden zu zeigen kurz ganz für mich interessant ist hier dieser mr diy das ist eine recht große asiatische ja ein euro shop aber auch handwerks shop kette ich gehe jetzt nur mal kurz rein weil der laden ist relativ groß da werde ich mal ein eigenes video drüber machen aber ihr seht schon an der länge da ist viel zeug drin und wie in allen ein euro läden kann man hier eben so kleinigkeiten für das für den haushalt einfach billig kriegen die man eben sonst anderweitig ja ewig sucht und doch nicht findet also hier gehe ich eigentlich jedes mal rein und gucke mich um ob ich nicht irgendwas gerade doch finde was ich brauchen kann ja und jetzt gehen wir halt runter da ist dann die weihnachtsdeko die steht da noch immer wieder gern gesehen und fotografiert und jetzt muss ich hier in dem video den original ton noch holen denn ja jetzt passierte mir eben das das mädel wollte mir ein konto verkaufen und dann habe ich ihr eben erklärt ja ich mache doch hier meinen blog und ich mache auch die aufnahmen von den kondos und ich komme gerne mal vorbei ist denn deine kontaktnummer da hinterlegt und 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 gab ihr dann eben auch meine visitenkarten und in dem moment meinte sie dann nur ja ja ich kenne deinen kanal schon du warst doch da im persimon kondos und hast tief gefilmt und ich war total erstaunt dass ich ja doch schon so bekannt bin scheinbar bei den immobilienleuten aber den original ton versteht ihr ja nicht weil der ist ja auf englisch lach deswegen habe ich den jetzt hier mal rausgenommen und dann kam auch noch eben rechts kurz zu sehen ein mensch auf mich zu und meinte du bist deutscher und ich so ja klar warum warum ja ich habe es am akzent erkannt und dem habe ich natürlich dann auch meine flyer gegeben weil er ist ami und so kriege ich eben besucher zu meinem kanal die dann den kanal auch abonnieren also solche events passieren mir dann eben auch finde ich aber nicht schlecht ja wie gesagt hier ist dann eben im mittelgang viele viele kleine geschäfte und hier wie gesagt der große supermarkt und beim rausgehen eben dann links am haupteingang der jollybee zu sehen gewesen zu war komischerweise hier mcdonald normalerweise ist da wo eben alles abgeklebt ist der mcdonald drin die haben wahrscheinlich wegen covid 19 zugemacht und dahinter ist man in der saal das ist also die ecke mit den fast foods und das war es dann auch schon wir sind nach hause gegangen ich hoffe es hat euch gefallen tschüss